Guten Tag und herzlich Willkommen wieder zurück zu FIFA Ultimate Team. So, 5 verbleibende Spiele haben wir noch und heute ist Serie A dran. Und verändert natürlich, auch wenn ich hier wieder Geld ausgegeben habe. Ich habe da noch eine Planung vor mir oder noch eine Mannschaft vor mir, die ich glaube ich zur nächsten Saison höchstwahrscheinlich fertigstellen werde und die mal testweise spielen werde, weil die eigentlich relativ geil ist. Das muss ich einfach mal so zugestehen. Finde ich persönlich geil. Also, hm, ist mal was anderes. Nicht immer so das übliche Döns, Bundesliga, Serie A, englische Liga. Und, ja, man kann es ja mal versuchen, was anderes aufzustellen. Vielleicht klappt es ja, vielleicht ist einfach nur Bullshit, was ich mache. Das kann ja auch gut möglich sein. Und, ja, ich muss halt erstmal das Geld wieder für haben, was ich halt da schon wieder an Geld reingesteckt habe. Und, äh, an Münzen reingesteckt habe. Nicht echt Geld, sondern wirklich nur Münzen reingesteckt habe. Ist ja nicht unbedingt feierlich. Höchstwahrscheinlich werde ich auch viel hinterher wieder verkaufen, um vielleicht doch noch das ein oder andere, ähm, Team aufstellen zu können. Und, 82er bewertetes Team. Ja, okay. Sieht nicht schlecht aus. Da können wir mit arbeiten. Glaube ich jetzt zumindest. So. Und wir versuchen hier, die einfach mal fertig zu machen. Paris Saint-Germain. So, könnten Sie bitte drücken. Ich würde gerne spielen. Und jetzt nicht ewig alles sehen. So. Naja. Da muss ich wohl alles sehen. Mein Gegenspieler will noch nicht ganz so. Der hat wohl nicht ganz mitgekriegt. Oh, das Spiel geht los. Oder ist das einer, der immer gern... Ah, okay. Er ist da. Oh, schön. So, gleich mal Druck aufbauen auf den Gegner, dass wir den Ball auch gleich bekommen. Ich laufe hier mit Kudrado wieder bobbyhaft hier rum. Da war ich ein bisschen angepischelt noch. Vom... Oh, ja. Klairs zur Ecke. Hätte ja nicht sein müssen, aber hey. Mach mal eine Großchance draus. Boah, jetzt zieht der da rein. Nee, nix gibt's. Alter, häng dich nicht so fest. Weg damit einfach nur. So, danke, Kudrado. Alter, was war denn das jetzt bitte? Spitzelt hier den Ball dem Gegner weg. Ist ja recht unschön, aber... Muss ja auch nicht unbedingt sein. Muss ja auch nicht unbedingt sein. Oh, 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 oh. Uh, schöner Schuss, aber... Vorbei am Tor. Irgendwie habe ich in das Spiel noch nicht reingefunden. Wieso auch immer. Mein Gegner kontrolliert mir das zu stark. So, Tevez läuft schön. Ah, der ist zu weit. Einfach nur zu weit. Das ist natürlich blöd. Das kann man natürlich nicht gebrauchen. Mit Kudrado laufe ich hier schon wieder total ins Leere. Aber total. Alter! So, Lopez hat den. Bin ich ja froh drum. Schön weitergeleitet zu Higuain. Oh, Tevez. Schön. Zu ihm. Oh, schöner Schuss. Man kann es ja mal versuchen. Auch aus diesem blöden Winkel mal drauf zu halten. War schön. Kann man nicht meckern. So, und Kudrado ist heute mir ein bisschen zu vorschnell. So, Tevez, Higuain. Oh, schön nochmal weitergegeben. Auch unter Bedrängnis. Finde ich schön. Aber leider dann einfach mal... Ja, der Verteidiger schneller. So, Kudrado. Sauber. Jetzt findet man auch ein bisschen ins Spiel. So ein bisschen zumindest. Auch wenn mein Gegner hier sehr viel Pressing macht. Ist ja gut, dass wir jetzt reinfinden. Oh, da ist eine Lücke. Sauber. Weg damit. So, und nach vorn. Ah, schade. Der Pass ging in die Hose. Sauber. Schön weggemacht. Ah, das gibt's ja nicht. Dass ich da einfach nicht durchkomme. So, komm schon. Ran an den Ball. Und nach vorn. Oh, was war denn das bitte für ein Pass? So, aber jetzt. Schnell machen. So, Tevez geht schön. Wenn er sich nicht umgedreht hätte, mal kurzzeitig. Dann wär's geil gewesen. Oh, no. No. Falspiel. Da muss ich doch mal ein bisschen beiseite bleiben. So. Und jetzt müssen wir uns die Möglichkeiten mal hart erarbeiten. So, Higuain. Läuft hier nicht durch. Ah, komm ey. Ich komm da einfach nicht durch. So. Aber den Ball haben wir uns wieder geholt. Wir bauen uns wieder auf vor dem Gegner. Higuain. Oh, schön durch. Schöner Schuss. Tevez kommt nicht mehr hin. Ah, schade. Keeper lässt ab. Tropfen von ihm. Aber da kommen wir nicht hin. Oh, ich mach hier schon wieder Lücken auf. Nein, nein, nein. Ach, nö. Und was für Lücken? Boah. Zum Glück kommt da keiner von ihm hin. No, Higuain. Schade. Verliert da gleich den Ball. Durch gutes Pressing von meinem Gegner. So, immer noch 0-0 in der 31. Minute. Das ist eine Partie auf Augenhöhe mal wieder. Der mit mehr Glück gewinnt. Ja, Einwurf für meinen Gegner. So. Oh, komm ey. Spiel den Pass, dann wär's geil gewesen. So, nochmal Einwurf. Aber dieses Mal für uns. Danke. So, einmal quer über den Platz gepasst. Schön nach vorn. Ah, shit. Abwehr steht gut. Kann man nicht meckern. Ah. Verteidiger passt auf. Hat er gut gesehen, dass ich da zu Higuain passe. Und dann, ja, steht er einfach mal dazwischen. Kann da Unruhe stiften. Nix gibt's. Ah, jetzt wirft er da rüber. Okay. Oh, schöne Kopfballabwehr. Schön geklärt. Aus dem Gefahrenbereich mal rausgenommen, den Ball. Oh, boah. Da kommt keiner hin. Aber kein Arsch. So, kommt Heves. Ach, schade. Higuain ist da kreuzend gelaufen. Kudrado, sauber. Ah, den kann man nicht mal retten. Schade. Einwurf für meinen Gegner. Wirft er einfach nur nach hinten. So. Kudrado läuft da hinterher. Auch wenn da nix geht. So, 41 Minuten gespielt. Immer noch 0-0. Wirklich eine Partie auf Augenhöhe. Gefällt mir. Bis einer ein Tor schießt, sehe ich jetzt schon kommen. Oh, leck mich. Nicht weghauen. Ich habe extra noch was anderes gedrückt. Aber trotzdem nöbelte er den so weg. So, wirft er nach hinten. Gefällt mir besser als nach vorn. Oh, trotzdem mache ich die Lücke auf. Und hier auch. Super. Er kann flanken. Ja, aber lässt sich zu viel Zeit. Oder kriegt er nicht richtig unter Kontrolle, dass er die Flanke hier machen kann. So, Lopez. Weiter Ball in die Mitte rein. Aber die Mitte scheint dicht zu sein. Deswegen gehe ich hier mal über den Flügel. Alter. Ich versuche es zumindest. Was natürlich nicht immer funktioniert. Nur zwei Minuten Nachspielzeit. Ist eher wenig. Für eine Halbzeit. So, schön nach vorn. Ah, da komme ich nicht hin. Aber er kann ihn noch klären. Also nicht klären, sondern im Spiel behalten. Mensch, 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 Mensch. 0-0. Was für eine Partie. Ziemlich ereignislos. Torschussmäßig nicht unbedingt die hoch angesiedelste Partie. Aber wir können da natürlich in der zweiten Hälfte noch eine Schippe drauflegen. Hoffe ich mal. Und dann offensiv da reingehen. Und wir haben den Anstoß. Das ist natürlich auch schön. Können wir natürlich auch gebrauchen. Ah, da kriege ich den Pass nicht mehr. Zu nah an dem Verteidiger gespielt. Schön abgewehrt. Schöne Abwehrleistung. Uh, was war denn das bitte für ein Pass? So, Higuaín. Tevez. So, Ashamo oder wie der heißt. So, Flanke kommt. Higuaín. Ah, schade. Ah, komme ich nicht ganz hin. Schade. Schade, schade, schade. So, und jetzt dranbleiben am Gegner. Super abgelaufen. Ja, das gibt es nicht. Weil ich da nicht durchkomme. Ich will halt auch nicht offensiver stellen. Sonst mache ich hinten wieder alles auf. Und da die Partie so hin und her geht, ist es nicht unbedingt vom Vorteil, wenn ich da hinten dann lückenhaft stehe. Das ist mal gar nichts. Und ich laufe da voll vorbei. Alter! Den habe ich schon fast drin gesehen. Mensch. Wenn da so was passiert, dass ein Abwehrspieler am Ball vorbeifliegt zum Klären, dann ist der zu 80% drin. Würde ich mal so behaupten. So, Morte, wäre es. Schade. So, nochmal zurückgeben. Den Ball ein bisschen laufen lassen. Na! Ich kriege den Ball hier nicht richtig rein. Alter! Wie verspringt denn der Ball bitte? So, weit nach vorn. Wieso nicht? Kann man ja auch mal probieren. Aber seine Verteidiger stehen da goldrichtig. So, oh nee. Kriegt er den Pass hier nicht mehr geschissen. So, aber schön abgelaufen. Oh nee. Nicht schon wieder solche Ungereimtheiten. So, weg damit. Alter! Zwei Mann immer direkt drauf. Auf mich. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Oh, schön geköpft. Higuain. Ah! Habe ich ein bisschen früh angesetzt, die Drehung. Natürlich stand einfach Tür und Tor offen, dass er weiß, was Sache ist. Okay, den Nöhl da einfach nur weg. Soll ich es versuchen? Ja, ich versuche es mal. Ein bisschen offensiver. Nur ein bisschen, so ganz minimal. Vielleicht läuft es ja besser. So, Tevez läuft schön. Ah, komm ey. Komm ja nicht mehr hin. Oh, Fehlpass bei ihm. Und ja, drin ist er. Alter, was für ein kurioses Teil. Ja, kranke Scheiße. Das muss man sich ja direkt nochmal geben. Das kam absolut da nicht hin, wo ich hin wollte. Aber, ey, Tevez stand da richtig. Hat sogar noch eine bessere Situation draus gemacht. Weil ich wäre, normal wäre ich da nicht hingekommen mit einem Pass, mit einem hohen Pass. Und Tevez einfach mit dem Kopfball. 1-0. Glück für uns. Das muss auch sein. So, fortsetzen. Jetzt kommt er natürlich mit seinen Hammerspielern. Und will hier, ja, natürlich was bringen. Glaube ich jetzt mal. Oder er will nicht mehr. Könnte auch sein. Aber dann wäre er schon lang beendet. Weil das Spiel beenden geht ja immer relativ schnell. Eis hier irgendwo was anderes zu machen. Ja, er wechselt. Wen bringt er denn alles? Aha. La Cassette bringt er. Und Cilini. Sauber. Schöner Ball nach vorn. Mann, man kann es ja mal probieren. So, den Ball rollen lassen. Ein bisschen die Hibbeligkeit von ihm ausnutzen. Abseits. Nein. Aber er wäre eh drüber gewesen. Und Hobart hätte da auch ein Mörtchen mitzureden gehabt, wenn ich da noch abgesetzt hätte. Aber er überreagiert jetzt ein bisschen in der Abwehr. Und durch das kann man natürlich noch ein paar andere Situationen hier heraufbeschwören. So, wunderbar. So, er natürlich auch wahnsinnig weit aufgerückt. Wart. Wart. Abseits, Foulspiel. Also, weil ich nicht mehr rangekommen bin. Okay, ich komm. Aus der Entfernung nüll ich jetzt mal drauf. Schön an der Mauer vorbei, aber zu weit in die Mitte gezogen. Schade. Hatte anders laufen sollen. So, sofort den Druck wieder aufbauen auf meinen Gegner. Damit ich den Ball einfach mal bekomme. Alter. So, Lopez nimmt den. Alter. Wie ein Berserker wirft er den aus. Wie ein Berserker. Ja, nicht ruhig und gemütlich. Ja, volles Tummeln. An den möglichen Anwurfpositionen. Sauber. So, kein Abseits, Tevez. Ah, nein. Legt er sich zu weit vor. Habe ich zu lang überlegt. Was mache ich nun? Und Horvath schnell und blitzschnell rausgekommen. So, Lopez hält den. So, er hat hier vollen Druck nach vorn. Volle Möhre. Und, ja, lässt natürlich hinten alles offen. Da kann man natürlich mit einem schnellen Passspiel wieder sehr viel erledigen. Alter. Und dann nach vorn kommen. Ah, Abseits von Tevez. Ja, wird auch schon gepfiffen. Schade. Aber das bringt uns Zeit. Das bringt uns Zeit, die wir einfach mal brauchen, um sowas festzumachen. Oder um einfach die Punkte zu bekommen. Das ist echt eine Partie auf Augenhöhe. Oh, Sauberlopes. So, schön gediegen, ausgeschlagen. Aha, schade. Alter. Kriege ich das Ding hier nicht weg? So, vier Minuten Nachspielzeit. Hier in dieser Partie. Ah, komm, Tevez, wenn du dich schneller drehst, wäre es cool. Alles andere ist uncool. So, natürlich jetzt nicht den Gegentreffer kassieren. Weit weg von meinem Tor. So, Tevez. Komm, du bist schnell. Lauf, Junge. Ah, werde ich hier noch vom Verteidiger genötigt. So, weg damit. So, da ist es vorbei. 1-0. War eine Partie auf Augenhöhe. Wir hatten einfach das Glück, dass der Tevez einmal richtig stand, so wo er hingehört. Und schon, dann sind wir 1-0 vor. Nochmal drei wichtige Pünktchen, dass wir nicht absteigen. Und so muss es weitergehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, ihr seid übermorgen auch wieder da. Und bis dahin. Ciao.